Musik geht alles besser. Mit Musik geht alles besser. Weinheim. Mit einem bunten Programm feierte das Bodelschwingheim seinen 55. Geburtstag. Ja, wir haben heute Morgen zunächst mal unseren Festgottesdienst gehabt um 11 Uhr. Und das war sehr schön mit vielen Grußworten und auch einem sehr wohltuenden Gottesdienst. Im Anschluss daran hatten wir ein gemeinsames Mittagessen. Wir hatten Stände mit Hausführungen dabei. Und der Höhepunkt war am Nachmittag eine Vorführung von unseren Bewohnern, unser Chor, die Feierhafengruppe und unsere Theatergruppe hat. Musik Aber nicht nur an diesem Feiertag war viel geboten. Das Bodelschwingheim, welches wunderschön oberhalb vom Weinheimer Schlosspark liegt, bietet ganzjährig ein vielseitiges Programm. Die Bewohner können malen, die können singen, die können in Diskussionsgruppen sich ja beteiligen. Wir haben Männerrunde extra für unsere Männer. Die kennen Stricken, die kennen Schauspielern. Wir haben Nachtcafé, also abends können sich die Bewohner noch zusammensetzen und dann auch gemeinsam spielen oder sich unterhalten. Also ganz, ganz viele Angebote. Auch Ausflüge in die Region und den Schlosspark sind sehr begehrt. Wir haben ein Elektromobil, was die Bewohner in den Schlosspark fährt. Oder wir haben Ausflüge ins Rhein-Neckar-Zentrum auf Wunsch der Bewohner zur Weihnachtszeit gemacht. In den Heidelberger Zoo, die bieten gelegentlich einen Seniorentag an. Und eigentlich dann nach Wunsch der Bewohner. Schifffahrt war letztes Jahr nach Neckar-Steinach, ganz klassisch. Und das macht ziemlich viel Spaß. Bei dem Programmpunkt Interview mit langjährigen Mitarbeitern spürte man das Engagement und die Verbundenheit mit dem Haus. Der Heimleitung ist dies ein wichtiges Anliegen, welches sie mit Deutschkursen und Mitarbeiterfeiern unterstützt. Man ist in dem Betrieb aufgewachsen. Heißt für mich, es haben viele schon gesagt, eine Art Familie und das ist auch so. Wir sind hier ein großer Betrieb und trotzdem sind wir uns alle sehr nah. Trotzdem wir so groß sind. Das Haus versorgt im Moment 200 Bewohner in kleinen Wohneinheiten und in ein oder zwei Bettzimmer. Auch die einzelnen Aufenthaltsräume wurden neu gestaltet. Und so die letzten Jahre, nach Corona, Gott sei Dank, was wir gut überstanden haben, verändert sich auch ganz viel in der Ausstattung. Die Farbkomponisation, sowohl hier im Speisesaal mit den Grünen, mit den tollen Bildern, die Cafeteria oben, das Foyer, das ist vor zwei Jahren, unsere neuen Gärten, die Toskana, der Sinnesgarten. Also, Sie hören, Sie merken, ich bin sehr stolz auf dieses Haus. Mensch, Heinz, das ist aber ein schönes Lokal, was du hier ausgesucht hast. Ja, ich denke auch, dass Sie dieses Jahr den Pokal holen. Je nachdem, welchen Spieler er aussucht. Der gesamte Tag war ein voller Erfolg und man spürte die Leidenschaft der Heimleitung für Mitarbeiter und Bewohner. Mir ist wichtig, dass die Menschen hier, auch wenn sie 80, 90 oder 100 Jahre alt sind, dass die sich noch weiterentwickeln können. Dass es nicht vorbei ist mit 80 oder 90, dass die noch im Theater spielen können, Acrylbilder malen können oder neue Instrumente lernen können. Das ist das wirklich was ganz Besonderes. Es ist schön zu sehen, mit wie viel Liebe dieses Haus geführt wird. Und die Stadt Weinheim kann stolz auf solch ein Seniorenheim sein.